Was kommt jetzt? Oh Gott, was kommt jetzt? Neues Ende, oder was? Ja! Firebrand slayed the Dark Demon. Ja! Der Dark Demon ist tot! Who lag? Who had lurked deep within the human world? Realizing that his true power has not dire of it. Derived, mannig, from the crests. Ja, Ultimate Demon. Firebrand disposed of all the crests. Oh, hell yeah. Er sieht so cool aus. And set forth for the demon realm. Yes, yes, yes. Wir haben's durch. There he hoped to find a true warrior. True warrior. A warrior with whom he could once again taste. Glory of battle. Yeah. Was war's dann wohl? Mit Let's Play. Ah nee, alle kommen noch mal. The crest of Infernity. Where all six crests are united. The crests of Infernity is set to appear. And give the barrier... Abira... Unimaginable power. Unimaginable power. Ich verles mich jetzt nur noch. Es gibt's ja nicht. Und er schmeißt die alle weg. Den... Kacknoob, ey. Oh, noooos. Und einer... Und auch noch alle auf einen Haufen. Okay. Yeah, 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 yeah. Okay. Geile Musik, muss ich sagen. Okay. Ich spüre einfach mal vor. Bla, 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 kennen wir. Warte mal. G-Gargoyle. Okay. Ist nur ein bisschen mehr geworden jetzt. The crest of... Ruling... Ruling of the sky, bla, bla, hat man schon. The wind. Ja, okay, das ist das gleiche. Hier... Oh, man kann das durchhacken. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir neu. Okay. Das ist mir echt neu, dass man... ...mit dem Schuss irgendwas anfangen kann. R-Gargoyle. Ja, das spüren wir vor. Lululululul. The crest of water, bla, 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 bla. Schwimmen, ja. Yay. Kann man irgendwie schneller... Man kann gerade ausschwimmen, das wusste ich auch nicht. Äh, okay. Jetzt erfahre ich hier alles. T... Was heißt das? Keine Ahnung. Tiefengargoyle. I don't know. Okay. Forspun. Thrust of time, bla, 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 bla. Ja, dass man die zerstören kann, weiß ich. Bringt ja aber nichts. Ja, das bringt echt nichts. Also du kannst nichts, was ich nicht weiß. Okay. Ach, kann sein, dass wir den Text noch gar nicht hatten und ich mir den gerade nicht durchgelesen habe. Naja. Oh, der hat das sehr nice gemacht. El Gargoyle. Du musst ihn, Boss. Okay, ich spüre vor. The crest of fire. Yeah, yeah, da sind wir. Unser Anfang. Yay. So, hat alles angefangen in diesem Level. Göttlich. Yay. N Gargoyle. Was heißt N? Napalm. Boom, boom, Napalm. Okay, wie heißt er? Summolo. Hippogriff und Arma und Phalanx. Phalanx. Holy shit, geiles Bild. Yeah. Yeah, yeah. Geileses Endbild ever. Okay, damit sage ich. Das war der letzte Teil von Let's Play. Demon's Crest. Und Brötzschmann in seinem ersten Let's Play. Ich spüre jetzt mal ein bisschen vor und gucke, ob noch was kommt. Dark Crest. Okay. Jo, dann bis zum nächsten Projekt. Euer Brötzschi. Blark. Ich spüre jetzt mal ein bisschen vor. Ich spüre jetzt mal ein bisschen vor. Ich spüre jetzt mal ein bisschen vor. Ich spüre jetzt mal ein bisschen vor.